Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Jodan, ihr seht wieder Day Young und es geht weiter. Wir sind gerade vorhin im Stream gestorben. Ich trinke hier nochmal eben was. Wo? Warte, 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 stopp, stopp, halt. Das heißt, ich hab das ganze Haus jetzt noch nicht? Ernsthaft? Hab ich danach nicht mehr gespeichert? Das ist ja lästig. Muss ich das jetzt... Aha, okay. Ja gut. Machen wir den Spaß nochmal. Jetzt weiß ich ja schon, wie es geht. Jetzt ist es jetzt kein Problem mehr. Also einmal hier hoch, einmal hier hoch. Schön, einmal drauf. Ach Gott, das ist aber auch was hier. Wusste ich nicht, bevor ich den Part gestartet hab. Aber ist nicht so tragisch. Das haben wir gleich. Kein Stress, Leute, ja. Es ist alles easy. Haben wir alles im Griff. So. Damit das Spiel weiß, dass wir das gelesen haben. So, der Stadtkart ist offen. Easy. Äh, Speedrun. Los. Eulenzeichnung. Auch wunderbar. Nächste Tür offen. So, jetzt bekommen wir unten noch den Schlüssel. Ne? Hier. Genau. Dann gehen wir raus. Und dann die Tür hier aufmachen, damit wir wissen, dass wir eine Gasmaske brauchen. Ah, nicht zu weit rein. Nicht zu weit. Ja, ja, ja. Danke. Okay, dankeschön. Was ist hier? Also, da waren wir gerade. Ein bisschen was futtern. So. Okay. Dann hätten wir die Möglichkeit, dass wir hier gleich nach links laufen. Ich glaub, von da sind wir nicht gekommen, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Ich hab so komplett die Orientierung verloren mittlerweile. Das ist nicht mehr lustig. Das ist echt nicht mehr lustig. Die Musik wird gerade creepy. Wo bin ich jetzt? Bin ich hier. Da wäre ich... Achso, da wäre ich dann hier von diesem Haus runtergekommen. Okay, also wäre ich eigentlich sowieso jetzt hier, wo ich hin wollte, wenn ich den Weg langgegangen wäre, den ich gehen wollte. Und mich nicht für den anderen Weg entschieden hätte. Wenn das Sinn macht. Ja. Gut. Ähm. Dann gehen wir halt in die andere Richtung. Zuerst gehen wir in die eine Richtung, dann drehen wir uns um und gehen in die andere. Das ist der Plan. Diesmal lasse ich mich hoffentlich nicht von dem Typen überraschen. Jetzt kann ich... Wir könnten jetzt entweder da hoch... ...laufen. Oder dann nach rechts. Es hat die Frage. Was, äh... Was, was, äh... Scheint sinnvoller zu sein. Ich geh mal da links hoch. Wieso? Weil der Weg kürzer aussieht. Ist er kürzer? Vermutlich nicht. Aber das ist jetzt mal mein, 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 mein Vorhaben. Und da geht's offenbar wieder in den Wald rein und ich hab grad die Schnauze voll von Wäldern. Ich kann keinen Wald mehr sehen. Deswegen gibt's jetzt auch kein Let's Play von The Forest. Nur damit das klar ist. Es sieht aber eigentlich... Ganz nett aus hier. Ähm... Ja, es ist gut, Wildschwein. Ich mach dir nichts. Du machst mir nichts und... Alle sind happy. Okay. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ich brauch... Also zusammengefasst, ich brauch... Hört sich windig an. Ich brauch... Ne Gasmaske. Ich brauch ein Feuerzeug. Und ich brauch auch noch, äh... Einen Beziehenkanister. Okay, das, äh... Ist ein sehr kurzer Kartenabschnitt. Klingt sich offenbar einfach nicht anders aus. Alles... Was liegt denn hier? Ein Stock! Gott. Hab ich schon lange... Noch ein Stock! Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott! Was ist denn das hier? Was... Jo. Krass. Nutze ich direkt mal zum Speichern die Gelegenheit. Sekunde. Hm, hm. Okay. Das... Sieht geil aus. Muss ich sagen. Ich vermute nicht, dass wir hier den kompletten Content sehen können, was da drinnen ist. Also da wird sicher irgendwas versperrt sein. Da kann ich einen Shotcut drauf machen. Aber es sieht vielversprechend aus. Und ich kann da sein... Moin! Ja. Jo. Wow! Nope. Shit. Lauf, 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 lauf. Hallo. Servus, Mädels. He beams. Au. Auf. Man schlägt keine Lady. Ähm. Ich bin gar nicht... Shit. Ja, doch, auf jetzt. Lass mich... Lass mich... Lass mich raus. Lass mich raus. Okay. Also. Ich springe jetzt hier einfach mal rauf. Und ihr könnt mich nicht davon abhalten. Oder ihr könnt es vielleicht doch. Hups. Na komm, springe hoch. Au. Mann, auf die Ferse. Grab die Ferse. Schau. Mann. Wieso? Hups. Ich hoffe, Steinen zu werfen hier. Meine Güte. So. Ähm. Ja. Die haben jetzt aber schnell aufgegeben. Ich meine, die haben sich jetzt gedacht, jo. Der ist da jetzt einen Meter hochgekrachzelt. Äh. Pff. Können wir nichts mehr machen. Gehen wir jetzt einfach rauf. Der. Wir wissen zwar, dass hier oben eine Sackgasse ist, aber wir gehen jetzt einfach wieder. Gut. Damit... Mit der Entscheidung kann ich natürlich leben. Servus. Du bist tot. Muss ich mir jetzt einen Weg da tatsächlich rein durchschlagen? Oder gibt es hier einen Schleichweg auch? So auf eine subtile Art und Weise, nachdem ich sowieso schon die ganze Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Kann ich das... Ne, ich kann es nicht da. Ne. Von der anderen... Oh Gott. Anderen Seite versperrt. Ja, dann. Anlegen. Zielen. Und... Tschüss. Wo ist der andere? Der wundert sich gar nicht. Der ist schön. Dem ist das egal. Ja, aber komm. Was? Moin. War jetzt... War jetzt... Ein komischer... War jetzt... Eine komische Stelle auf mich zu warten, aber... Ja. Bitte. Mach mal, ne? So. Gibt es hier echt nichts außer eine Wasserquelle? Das ist doch bescheuert. Muss es doch mehr geben, oder? Hm. Ja, vielleicht doch nicht. Oje. Okay. Okay. Das ging nochmal gut. Ja. Eingang ist frei. Ich könnte jetzt einfach... Au! Was? Was willst du? Okay. Mein Pfeil bekomme ich offenbar nicht wieder. Gut. Ich kann da jetzt einfach reinlaufen. Da drüben ist nur der Weg... Also der Shortcut quasi offen. Ich... Meine Pfeile bekomme ich nicht wieder. Das finde ich jetzt weniger cool. Was ist hier was? Nö. Hm. Das ist aber schon heftig bewaffnet hier, du, ne? Will ich hier sein? Ich glaube nicht, dass ich hier sein will, du. Wieso? Was geht jetzt? Meine Güte. Ist verschlossen. Von der anderen Seite. Das ist cool. Okay. Also... Ich bin mir echt nicht sicher, ob das gerade so eine gute Idee ist, hier zu sein. Weil... Wenn hier laufen lauter bewaffnete Jutes rum und... Es kommt mir... Ein wenig unsicher vor. Hier kann ich wieder irgendwie... Benzin. Neues Dokument. So. Ähm. Wo ist er hin? Ich will dir einen Bolzen ins Gesicht böllern, mein Freund. Dazu muss ich aber wissen, wo du bist. Da ist eine Leiter. Wo ist denn der jetzt echt hin? Ah, da unten. Warte. Und tschüss. Perfekt. So. Wieder einer weniger. Meins. Dankeschön. Oh, so volle Pfeile. Sogar ein Überschüss kommt in den Stock. Brauchen wir jetzt echt nicht. Den Pfeil nehme ich mit. Okay. Also pfeiltechnisch geht es uns jetzt wieder sehr gut. Da kann ich mich nicht beklagen. Jetzt können wir uns noch hier kurz umgucken, was es hier noch so gibt. Aber offenbar eh nix. Hm. Ja gut. Na komm. Bitte hoch. Also ich meine, ist er nicht klein hier, ne? Das ganze Areal. Und ich frage mich schon richtig, was es hier so Schönes zu entdecken gibt. Wobei ich ja schon glaube, dass ich hier irgendwo anstoßen werde und nicht weiterkommen werde, weil mir dafür ein Gegenstand fehlt. Aber gucken wir mal. Vielleicht irre ich... Oh Gott. Vielleicht irre ich mich ja. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre, weil das ist hier schon verdammt cool. Und vielleicht ist es gar nicht so groß. Vielleicht sieht es nur von außen so groß aus und es ist wirklich... Messer. Zwei. Ja. Cool. Was hat mir... Jetzt ist da eine Kiste unten und das hat mir... Was gebracht? Ja. Naja, ist jetzt mal unten. Irgendeinen Sinn wird es schon gehabt haben. Hoffe ich mal. So. Hussa. Oi. Okay. Okay, 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 okay. So. Wo können wir jetzt... Jetzt können wir hier rauf. Alles klar. Oh, bitte nicht runterrutschen. Oh Gott. Einmal hier oder einmal hier. Oh Mann. Nee. Wieder Entscheidungen. Ich hasse es. Nein. Danke. Geh weg. Hallo. Ah. Shotcut für mich. Perfekt. Das ist gut. Hier wieder ein Report für euch. Könnt ihr lesen. Viel Spaß und so. Ich bin wieder hin und her gerissen. Soll ich den oder den anderen Weg gehen? Es ist schrecklich. Es ist absolut schrecklich. Aber wahrscheinlich muss ich einfach beide Seiten... Oh Gott, da kann ich auch rüber. Beide Seiten durchsuchen. Ein Schnellreisepunkt. Ja, den nehme ich mit. Dankeschön. Danke. Storage Box. Das weg, das weg. Weg, weg. Und Pfeile. Ach komm, den legen wir weg. Fünf reichen erstmal, glaube ich. Jetzt kann ich da auch noch hoch. Es ist halt... Ja, da würde ich dann auf die andere Seite kommen. Hallo. Red. Gen. Ihr Mistigen. Kommt her. Ich mache euch alle weg. So. Speichern. Hier hat sich auch einer zu Tode gekämpft, so wie es so aussieht. Ja. Ähm... Scheiße, es ist viel zu schmerz in hier. Jetzt. Ich brauche eine Lichtsauce, bevor ich zu tief in diesen Tunneln zu kommen. Schlimm doch gar nicht. Ich kann ja ganz easy... Okay. Nee, jetzt ist es zu dunkel. Jetzt ist es zu... Wie kann ich jetzt hier... Sch... Ah, Gott. Gott sei Dank. Schon lang, dass ich jetzt nicht mehr rausfinde. Okay, ich brauche eine Fackel. Das brauche ich auch noch. Ich brauche so viel. Ich... Ich habe jetzt so viel Wege und Dinge gefunden, für die ich so viel andere Dinge brauche, die ich noch nicht gefunden habe. Dass es mich leicht beunruhigt. Achso, das war nur ein Shortcut quasi. Äh... Okay. Na gut. Auf dieser Seite gibt es jetzt also, denke ich, wo heißt nichts mehr für uns. Dann... Schauen wir mal, was auf dieser Seite ist. Mehr Ratten. Ich liebe Ratten. Oi! Pff. Okay. Äh... Das hier gibt es absolut gar nichts, außer ein Stück Stoff. Toll. Hallo! Geht es hier noch weiter? Nee, ne? Hoffe ich mal. Nee. Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir da rein. Komm. Vielleicht finde ich ja hier endlich mal einen Gegenstand, den ich bis weiterkommen brauchen kann, anstatt ständig nur... Äh... Orte, wo ich nicht weiterkomme, weil mir noch ein Gegengestand fehlt. Das wäre mal eine erfrischende Abwechslung. Wo komme ich denn da hin? Oh, Jesus Christ. Alter. Yo. Da... Da pumpt die Pumpe. Aber was ist denn hier? Hier war ich ja noch gar nicht, oder? Warte. Warte. Wenn ich jetzt so stehe, dann in der Richtung... In der Richtung sind die Häuser. Wie komme ich da hin? Warte. Mit dem anderen Weg. Oh, Mann. Eine Wasserquelle. Schön. Hier komme ich wieder runter. Oder wie? Oh Gott. Oh Gott. Nee. Oh Gott. Ah! Und jetzt? Yo. Shit. Ah. Okay. Das macht Sinn. Das. Macht. Sinn. Und rüber. Nice. So. Da bin ich. Moin. Ah, die Treppe. Ne, Treppe. Jetzt wird es aber hoffentlich nicht wieder dunkel, oder? Nee, wird es nicht. Tschüss. Und... Nope. Na, komm her. Tschüss. Und... Tschüss. So. Äh, wo bin ich? Ah, noch ein Lagerfeuer. Ich meine, mit den Lagerfeuern sind sie zumindest, äh, großzügig. Aber, aber was... Was bringt mir denn das? Oh Gott. Yo. Gibt ja noch einen anderen Weg auch, ne? Wahrscheinlich ist das nur zum Shortcut öffnen, oder? Der andere Weg hier runter. Yo. Shortcut! Öffne dich. Perfekt. Perfekt. So wollen wir das sehen. Leute. Der Part ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst den Daumen nach oben da und kommentiert doch, wenn euch was Nettes einfällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao.